Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Experten-Tipp-Sendung mit mir, Alexander Kaiser, diesmal zu einer rein französischen Sendung. Wir gehen nach Saint-Clau am Samstag und am Sonntag nach Euteuil und ich habe auch einige deutsche Starter für Sie dabei, ja also sehr viele Pferde genannt unter der Woche, da hat es ja wirklich geknallt, so viele deutsche Siege, unglaublich. Susudio konnte gewinnen mit Philipp Minerick, Lateral Accord nur einen Tag später, also zweimal die Quinte gewonnen von deutschen Pferden, da läuft es wirklich rund für Sie. Und im dritten Rennen am Samstag in Saint-Clau, dort ist ein deutsches Pferd genannt hier und das ist Invelino, das ist die vier hier im dritten Rennen, das ist das Listenrennen für die Hengste und Wallache, 55.000 Euro, die Dotation über 2000 Meter. Ja, Invelino, Michael Fege, der Trainer Umberto Rispoli, ist ja wieder nach Hongkong, von Hongkong zurückgekehrt, wieder nach Frankreich, hat dort was versucht, aber ist wirklich ganz, ganz gescheitert, das muss man wirklich sagen, war mit Suburic ja auf den letzten Plätzen der Jockey-Statistik. Ja, Invelino, letztes Mal ein Aga Kahn-Pferd geschlagen, das muss natürlich erstmal beschädigt werden, hat man natürlich keine Elle, denn das Aga Kahn-Pferd lief danach nicht mehr, hat einen siebten Platz noch zu verbuchen in Baden-Baden, aber muss sich hier natürlich wirklich steigern in diesem Rennen, denn hier sind wirkliche Vollkracher am Ablauf. Ja, zu nennen ist da vor allem die zwei, Wireless, aus dem Stall von Jean-Claude Roger, ja bei dem läuft es richtig rund, das Jahr hat sehr gut angefangen für diesen Trainer hier, Christophe Soumyon ist hier der Partner, zwei Start, zwei Siege, da ist noch einiges, ja, von diesem Pferd zu erwarten. Ja, der gute Augustin Neumann hat sicherlich viele Chancen gehabt in diesem Rennen, welches Pferd er hier reintut, er hat Ventador reingetan hier, das Pferd, das jetzt dreimal hintereinander gewinnen konnte und hat einen frischen Start hier, das hat nämlich keiner in diesem Feld, also der hat wirklich Kondition, es ist ja wirklich immer schön anzusehen hier, ob die Zweijährigen, die so schöne Leistungen gezeigt haben, auch in der dreijährigen Saison hier was reißen. Unter der Woche haben wir ja einige Favoriten, ja, sterben sehen, so kann man das wirklich sagen, die Wertheimer Pferde sind gnadenlos untergegangen mit Olivier Pellier. Ja, natürlich die Eins noch, Geilo Chop hier mit Julien Angers hier, das Pferd konnte schon ein Listen-Rennen gewinnen, das konnte keiner der anderen, aber für mich hier nur ein Außenseiter. Für mich geht das Rennen über die drei, Werzing, Geto-Rix hier von André Fabio, der endlich Siege verbuchen konnte. Ja, unter der Woche hat es dann wirklich geklappt, davor wirklich nur sieglos gewesen, da lief es gar nicht. Max Mingor ist hier der Reiter und der hat letztes Mal so schön gewonnen, da sage ich Ihnen gleich nochmal an hier und für mich bestätigt er das auch in der dreijährigen Saison. Also, die drei Werzing, Geto-Rix im dritten Rennen am Samstag in Saint-Cloud. Und dann geht es weiter ins vierte Rennen, das Pendant zu dem vorigen Rennen, nämlich diesmal für die Stuten. Und selbe Dotation und selbe Distanz. Ja, und hier ragt wirklich ein Pferd raus, das ist die drei. Berenica aus einem kleinen Stall, Pikone ist der Reiter, auch der ist ja wirklich ein kleiner Reiter, muss man wirklich sagen. Er hat eigentlich nichts verloren gehabt in den letzten Jahren im Gruppenrennen, aber letztes Mal hat es geklappt. Jetzt zweiter Platz mit Berenica im Gruppe-Eins-Rennen im Cremterium von Saint-Cloud. Also, er kehrt wieder an seine alte Wirkungsschette zurück. Danach gab es eine Pause hier, das Rennen war ja 250.000 Euro dotiert hier. Und Pikone, das war wirklich sein bester Ritt hier zu ganz hohen Orts. Valer 47, ja und da kann wirklich keiner von den anderen Pferden hier irgendwie nachkommen. Gefährlich sind sie natürlich alle. Das ist natürlich, wie gesagt, habe ich ja schon vorhin angesprochen, muss das auch in dem dreijährigen Jahrgang bestätigen. Beno D. letztes Mal total enttäuscht, der hat mich wirklich nicht überzeugt. Golden Esponi hat auch eine gute Form gehabt Anfang der Saison hier, aber letztes Mal auch fünfter. Das hat mir ordentlich gefallen. Der Sieg geht und geht für mich natürlich über die drei. Berenica hier hat eine gute Startbox. Für mich das Maß aller Dinge im vierten Rennen am Samstag. Die drei, die wetten Sie mal in Saint-Cloud. Und dann geht es weiter in Saint-Cloud. Also, da sind wirklich tolle Rennen am Wochenende. Und zwar gehen wir hier ins fünfte Rennen. Gruppe 3, 80.000 Euro die Dotation. Das ist über 2000 Meter. Und hier ist der nächste deutsche Starter. Superplex aus dem Stall von Michael Figge. Für den es ja überhaupt nicht rund läuft. Kannst du mehr? Lief gar nichts. Also, Lord Emery auch weg unter der Woche. Also, da muss schon wirklich eine Steigerung her. Superplex. Die beste Form war mit Mirko de Mourou. Einmal, wo er Pilot geschlagen hat. Ganz souverän vom letzten Platz. Außen vorbei gesegelt. Das war wirklich ein sehr, sehr schönes Rennen danach. Nur ein Elfter, Elfter und ein Achterplatz. Danach ging es gar nicht mehr gut. Also, ich bin gespannt, wie der in der vierjährigen Saison läuft. Die Gegner sind natürlich da. Und sie sind stark. Allen voran die 1. Norse King. Das Pferd, das super gemanagt wurde von Trainer Bollakir. Konnte sich letztes Mal krönen im Gruppe 3 Rennen. Das war der Abschluss für seine Saison. Diesmal stellt er sich wieder vor. Muss dem gesamten Feld Gewicht geben. 58 Kilo, aber mit der Form, da muss man natürlich in der Dreierwette berücksichtigen. Ich gehe mit einem Außenseiter und das ist die 9 Valley Jam mit Anton Hommelan. Das Pferd hier mit 48,5 Verleur. Ein sehr starkes Pferd hat eigentlich nur eine schwache Form gezeigt im Gruppe 1 Rennen. Aber läuft immer wieder seine Form aus. Gibt ganz hohe Orts. Also, dem müssen Sie unbedingt Zwillinge und Dreierwette mit diesem Pferd machen. Vielleicht gewinnt er ja. Startbox 10 ist eher nicht so gut. Aber die vierjährige Stute kriegt von allen Gewicht hier. Also, die 9 im fünften Rennen am Samstag in St. Clou. Und dann habe ich noch ein Rennen für Sie rausgesucht. Am Sonntag in Norteu über die Hürden. Das Hauptereignis, das sechste Rennen der Prix Dindy. Und hier sind wirklich voll Cracks am Ablauf. Das kann man wirklich sagen. Über die Hürden haben wir ja unter der Woche tolle Rennen gesehen in Cheltenham. Super Stimmung. Tolle Finishes. Also, da kann man wirklich nur seinen Hut ziehen. Ja, im Moment haben wir ja drei Galorini-Starter drin, die noch genannt sind. Roll on Haas, Alabama, Ledoux und Hippomania. Hippomania, das Pferd, das mit Christoph Sommillon gewinnen konnte über die Hürden. Das war ein sehr starker Ritt. Dort kann ich mich noch erinnern, hat er an den Rails hier das Pferd buxiert gehabt und konnte dann ganz überlegen nach Hause gehen. Und hat doch einen Roll on Haas geschlagen. Letztes Mal wieder die Form umgedreht. Der stand Hippomania 19 und hatte überhaupt keine Chance mehr. Also, das war vielleicht doch der Reiter, der das Pferd zum Sieg führen konnte. Ganz gefährlich noch ein Pferd hier drin, Polygona, die ist über die Flache gegangen. Ist schon 2014 gelaufen, hat auch in der Hindernissaison gute Leistungen gezeigt letztes Jahr. Und der hat natürlich Kondition, das ist die vierjährige Stunde Polygona, da müssen sie aufpassen. Aber für mich Roll on Haas ist für mich ein Pferd für die Zukunft, ein absoluter Vollkracher aus dem Galorini-Stall. Und für mich hier gewinnt er ganz klar 72, weil Löhr hat die vierjährige Stute Roll on Haas, gewinnt für mich das sechste Rennen am Sonntag in Orte. Ja, das war es schon mit unserer Tippsendung hier. Ich wünsche Ihnen ganz viel Glück fürs Wochenende. Schaffen Sie was an und machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss.